Hallo Freunde, ja ganz genau, hier schön neue Logos und so, Gewinner hier, Sugar for the Girls, zweite Platz hier, der Johnny hier mäßig, ne? So Freunde, der dritte hat sich leider noch nicht gemeldet, aber ich hoffe, er kommt noch, ansonsten rückt Nummer 4 nach, so Freunde, Blinky, komm mit, so, Blinky Nese, Blinky Nese, jawohl, Bierchen, na, lieber noch nicht, ne? So, was soll ich sagen, kommt mal mit hier in einen von meinen vielen Häusern hier, ah, mal rein spaziert, er ist schon ne Menge angekommen, Freunde hier, so, schauts gut aus hier, Shirts hier, da, sieht man fast den Veggie nicht, das gefällt mir ganz gut hier, alle möglichen Dingern hier, jetzt nochmal der Gewinner hier, Sugar und Zucker hat er mir geschickt hier, also man kann sich's aussuchen hier, und hier ist Platz 2 hier, bin natürlich auch ich, das gefällt mir immer gut, so, natürlich gibt's auch Tassen hier, also für jeden was dabei, zack, wer morgens mal ein Käffchen haben will, der greift zu, tadaa, ja, Hauptsache die Fans sind zufrieden, würde ich sagen, Boys & Girls, wer sich ein Stück Johnny nach Hause holen will, so, der greift zu, Täschchen haben wir natürlich auch ein paar parat, ich dachte, das Ding finde ich geil auf der Tasche hier, trage ich selber, also wer mich sieht, mit der Tasche, kann mich anquatschen, und hiermit geh ich immer einkaufen hier, ah, meistens kaufe ich dann mit Bier ein, so, Boys & Girls, gehen wir mal weiter, Blinky hat sich hier schon auf das Ding, Sugar für die Girls, hier, man sieht das hier, ja, bleibt mal ruhig liegen Blinky, alles gut, ja, kleines Letzchen hier quasi, so, ne, Schürze, für die Boys, und jetzt gucken wir hier einfach mal weiter, hier kann man sich einfach so hinflitzen, ja, so, wie ich's mag, Freunde, ja, richtig, ganz genau, so, ich hoffe, euch hat die Party geschfallen, wie gesagt, der dritte Platz ist noch unbekannt, da sich ja der Kollege euch gemeldet hat, ne, also, Boys & Girls, Haltet durch! Hüah!